2 2 2 3 4 4 4 und hallo meine Freunde willkommen hierzu einem weiteren Video hier auf dem deutschen ihr Spielekanal und ja Leute wie ihr es schon seht Battlefront 2 im Hintergrund und zwar Leute geht es heute um die neue Modussuche und zwar Leute wie ihr alle wissen im Multiplayer sind alle Plätze belegt und wo soll jetzt die totale Vorherrschaft hin wird die totale Vorherrschaft wieder rausgeschmissen das geht doch gar nicht die ist doch fest im Game drin ja Leute damit beschäftigen wir uns heute und zwar Leute wir gehen erstmal auf die Matchmaking also auf die Matchsuche rein und zwar Leute wie man ja sieht es sind überall 3 Modis unter jedem großen Felsen 3 Modis und da muss man sagen ist das System ist eigentlich gut aber es ist zu inkompetent gemacht auf Dauer also es ist zu doof gemacht einfach auf gut Deutsch gesagt weil wenn du jetzt hier einfach mal du könntest im Prinzip jetzt die Modus hier rausschmeißen und hättest immer noch nicht genug Platz wenn du das mit den gleichen Schildern wieder machen würdest also es ist einfach auf Dauer ziemlich doof gemacht also man könnte da definitiv viel 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 mehr verbessern schon von vorne her dann hätte man viel verbessern müssen und verbessern können daran und ja Leute kommen wir jetzt aber erstmal zu dem Matchmaking an sich sondern kommen erstmal zur Epochensuche und zwar die Epochensuche wurde ja eigentlich an sich schon angekündigt vor einem halben Jahr oder so wurde uns von EA und Dice gesagt es kommt neue Matchmaking Suche also neue Matchsuche sorry eine neue Epochensuche kommt rein ins Game und ja sie ist auch gekommen aber eventweise und da ist dann halt der Haken es ist eventweise ja jetzt Gänsepfiffchen vorstellen Event ja das ist das das ist der Haken an der Sache und zwar eigentlich sollte das System oder haben wir uns alle das System so gewünscht von der Epochensuche das System ist fett drin also fest drin und da bleibt es auch immer fest in Battlefront 2 drin und ja es ist nie gekommen bis zum heutigen Tage nur eventweise und das ist halt der Community Abfuck Nummer 1 mit wieder mal und zwar Leute sieht es jetzt so aus und zwar ich schätze mal auch die Anspielung mit dem neuen Modus weil der neue Modus ist nur eine Map drin und die Map ist komplett Clone Wars bezogen alles ist Clone Wars kannst keine anderen Heroes nehmen sondern nur Clone Wars und da ist der Haken Leute und zwar würde ich mir das jetzt so denken sie werden das neue System weil es wird garantiert ein neues System hier kommen von der Matchsuche und zwar schätze ich mal das so wir nehmen jetzt mal einen Galaktischen Angriff das ist ja eigentlich so der Hauptmodi des Games und zwar wir nehmen Galaktischen Angriff und zwar den unterteilen wir jetzt wenn wir drauf klingen würden würden da einfach vier Kärtchen aufploppen und zwar würde da erstes Kärtchen Klonkriege kommen dann würde das zweite Kärtchen Imperium kommen also imperiale Sache halt ich weiß nicht wie ich jetzt benennen sollte imperialer Bürgerkrieg oder wie das auch immer hieß auf jeden Fall würde da dann was mit Imperium stehen und das letzte wäre dann Erste Ordnung also Poche Erste Ordnung und das letzte wäre dann im Prinzip wie der jetzt ist der Galaktische Angriff mit diesem Bild ungefähr halt Galaktische Angriff ja würde dann am Ende noch sein und so würde ich mir das vorstellen Leute dass wir so ein neues Matchmaking also neues Making ja neue Suche vom ja Galaktische Angriff bekommen weil ich finde das schon ziemlich und es würde auch ziemlich ziemlich cool sein für Star Wars Battlefront 2 weil das würde das Game auf jeden Fall nochmal viel interessanter machen viel gehypter würde auf jeden Fall das Game nochmal sein am Ende weil am meisten facken das momentan schätze ich mal schon alle ab dass man nicht nicht eine Epoche genau spielen kann sondern dass auf einmal eine neue Epoche kommt und noch eine neue Epoche kommt dass alles am Ende nicht mehr so zusammenpasst das denke ich mal fackt schon am meisten ab wenn du Galaktischen Angriff spielst gerade auch weil es nervt du kannst nicht sagen Och Junge ich suche jetzt nun mal nochmal nach Clown Wars ne das kannst du jetzt nicht sagen und ja das ist halt ziemlich doof und ich würde mal sagen Leute ich schätze mal das also wann das erscheint und zwar ich schätze mal es wird dann diese Woche entweder rauskommen mit dem Update oder es wird am Ende des Monats mit dem Update rauskommen was ich aber sehr sehr unwahrscheinlich für sehr unwahrscheinlich halte weil ich schätze mal es wird im Monat in Mitte des Monats kommen ungefähr also eine Woche später nochmal also nächste Woche oder übernächste Woche so dazwischen gelagert sag ich mal also entweder Donnerstag nächste Woche oder übernächste Woche Dienstag oder Donnerstag kommen also ich schätze mal es wird auf jeden Fall sehr bald kommen weil wie wir ja wissen auf der Startzeit hat sich noch nie was länger als zwei Wochen gehalten oder eine Woche gehalten wie wir ja wissen ne auf jeden Fall ich schätze sehr stark dieser neue Modus wird auf jeden Fall ein neues System einleiten und ich hoffe es auch dass sie die Epochensuche gleichzeitig mit reinbringen weil sie haben ja jetzt schon sozusagen geplant oder wir hoffen ja alle dass so Naboo reinkommt äh und ja dass da noch ein bisschen mehr dazu reinkommt und was wir auch sehr gut vorstellen können Leute jetzt aber das gehört nicht mehr zum Video und zwar Leute bei totale Feuerschaft es ist wirklich ein richtig geiler Modus wird gut gesuchtet und wird sehr gut gespielt und ich könnte mir einfach wirklich nur wünschen und sehr gut vorstellen Leute und schreibt mir alle rein wie ihr das finden werdet wenn wir imperiale Epoche also imperiale Epoche bekommen Endor oder äh äh was gut kommt Jakku Jakku mit seinem Schlachthof äh Schlachthof der Giganten ja also diese Map mit ähm ja diese Map im Prinzip auch also ähnlich wie also wie jetzt mit äh Clone Wars dass wir im Prinzip auch auf dem Boden sind und dann in ein äh imperiale äh Sternzerstörer kommen oder in halt den Rebellen ähm in einen der Kreuzer kommen ja ich hab den Namen grad vergessen auf jeden Fall ich wünsch mir schon sowas und bei der ersten Ordnung ist zwar noch nicht so viel Content da aber wir haben auf jeden Fall ein Schiff im Sternjägerangriff äh das ist auf jeden Fall ziemlich gut Snoke's Kreuzer und natürlich haben wir dann auch noch ein paar andere Kreuzer da schon gesehen von der ersten Ordnung und ähm von Rebellen haben wir ja auch schon auch noch die gleichen Schiffe wie äh bei der ja vorigen Epoche gesehen auch bei den Rebellen also der Widerstand hat die gleichen wie bei den Rebellen ist halt dann natürlich ähnlich auf jeden Fall ich könnte mir sehr gut vorstellen und ich würde es mir auch richtig wünschen wenn das reinkommt auch noch für andere Epochen weil es wäre ziemlich cool und es würde auch jeder denke ich mal feiern wenn wir da auch äh dazu auch nochmal eine Epochensuche bekommen und ich schätze mal wirklich Leute ehrlich gesagt mit diesem neuen Modus sollte die neue Epochensuche eingeleitet werden also die neue Epochen das neue Epochen-Making Matchmaking schätze ich mal sollte auf jeden Fall damit eingeleitet werden wahrscheinlich denke ich mal auf jeden Fall ich hoffe euch hat das Video gefallen es war ein ja ein kurzes Video ich wollte nur mal das anstupsen dieses Thema mal anrichtig mal anstoßen sag ich mal weil jedem ist es garantiert schon aufgefallen der Multiplayer ist eigentlich dieses Multiplayer-Making suchen dieses Multiplayer-Suchen Multiplayer-Modi suchen so rum äh ist ziemlich doof gemacht ziemlich inkompetent ist sehr sehr verbesserungswürdig gerade wegen neuen Modi ich würde mir persönlich auch noch Jackpack-Cargo dazu zurück wünschen würde mich einfach richtig hypen nochmal und äh ja finde ich ziemlich schade dass halt äh das so doof gemacht wurde und so doof damit umgegangen wurde auf jeden Fall Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen bis zum nächsten Mal viel Spaß ich will es jetzt nicht länger raus zögern auf jeden Fall wer bis jetzt am Start war danke schreibt doch mal unten rein ob du bis jetzt online bis jetzt da warst und dann sag ich mal bis dann viel Spaß mit dem nächsten Video im nächsten Livestream gönnt euch doch meine Funny Moment Gameplays vom Sonntag würde ich auf jeden Fall empfehlen und dann sag ich bis dann viel Spaß und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü